Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Hexed. Hi, Dallu! Hallo! Haben wir uns richtig schön gut angestellt, die letzten Folgen, ne? Wieso, wir sind noch weit gekommen. Ja, aber wie wir rumprobiert haben hier mit der Schmelz in allem Pipapo. Ei, ei, ei. Wir haben keinen Flugstab mehr, ne? Ne. Meine Framerate hat mich heute nicht lieb. Die hat heute ein Problem mit mir. Haben wir noch Holz? Wo bist denn du? Willst du ein Boot bauen? Ne, ich würde gerne noch ein, zwei Kisten machen. Achso, aber wir sollten ein Boot bauen. Ja, haben wir. Sonst kommen wir hier nicht weg. Haben wir. Boote haben wir. Das ist nicht das Problem. Ich leere mal einen Rucksack, weil wir sollten mal einen Rucksack mitnehmen. Ach, nee. Die Idee hast du bestimmt von mir geklaut. Ne. Ne. So, stellen wir hier hinten noch einen Baum hin. So. Na, ich weiß nicht. Heute läuft ein Spiel ein bisschen ruckelig. Ich hab keine Ahnung, wieso. Was hast du wieder gesagt? Ich? Ich hab gar nichts gesagt. Meinst du, dass ich das Spiel verärgert hab, oder was? Vielleicht Rechner voll? Kein Speicherplatz? Ähm, das hätte ich vielleicht mal nachschauen können, ja. Aber das bezweifle ich, dass es schon so voll ist. Willst du Boote? Ne, ich stell jetzt erst mal ganz kurz Kisten auf. Warum sind denn hier Half-Steps an der Wand? Keine Ahnung. Ja, aber es kann schon sein, dass vielleicht der Speicherplatz gerade ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Fängt es zu regnen an schon wieder. Oh, ich das hasse. Ist schon wieder okay. Mhm. Also zwei Boote. Ich nehme mal alle drei mit, falls eins kaputt geht. Ähm, und Rucksäcke ausleeren, haben wir gesagt, gell? Ja, einer. Ja. Ich nehme mal vorsichtshalber zwei mit. Sicher ist sicher. Kann man hier mal den ganzen Schotter da reinräumen. Hey, warum schlägst du mich? Das war aus Versehen. Das war wirklich. Aha. Das soll ich dir jetzt glauben? Musst du nicht. Aus Versehen hätte er mich geschlagen. Ja, ja. Das kennen wir schon. So, und den Rucksack noch? Der ist leer. Da habe ich nämlich zwei große Rucksäcke dabei. Das sollte ja dann definitiv reichen. So. Das hier noch. Okay. Boote, Rucksäcke, alles andere dürfte reichen. Oh, Rüstung. Rüstung. Ich habe keine Hose mehr an. Hast du doch. Ich habe keine Hose mehr an. Ja, meine Hose sind auch kaputt, aber die findest du doch an allen Ecken und Enden. Ja, dann ziehe ich mir einfach noch kurz eine Eisenhose an. Okay. So, ich habe dir hier mal zwei Boote hingeworfen, dann hast du auch ein Ersatzboot. Falls du da eins kaputt machst, weil ich das zuwerfen kann. Ja, ja. Eigentlich nicht. Aber unten im Wasser ist sogar noch ein Boot. Oh, Moment. Essen sollte man vielleicht auch noch mitnehmen, ne? Habe ich schon. Hast du schon? Ja, das ist mein Boot, mit dem ich hierher gekommen bin. Mhm. Wuhu. So. In die Richtung haben wir noch nichts entdeckt, deswegen lass uns hier entfahren. Alles klar, ich folge dir. Stimmt, in die Richtung sind wir noch nicht unterwegs gewesen. Auf in ein neues Gemüt. Yay. Es sieht so lustig aus. Das Boot ist schon voll weit vorne und teilweise bist du aber noch, keine Ahnung, 50 Meter weiter hinten. Nee, nee. Doch, doch. Um die Insel rum. Hier ist nix drauf auf der Insel. Nee, es sieht nicht so aus. Ah, die... Ich finde die Lecks immer so schön, wenn man dann kurzzeitig was sieht, was so unter der Erde versteckt ist. Da ist was im Wasser. Da, ein Unterwasserturm. Unterwasserturm? Ah, da. Aber das ist der Grüne, der ist doch wieder nix wert, oder? Das ist ja, wir können ja mal reinschauen. Okay. Ich hab... Hab ich nochmals einen Drückstoß? Ja, ich hab noch einen Knockback. Sehr schön. Ja, wir können es auch mal wieder hochkämpfen. Das könnten wir auch mal wieder. Da hinten ist nochmal so ein Turm. Hier sind gleich zwei. Yay. Hast du Fackeln? Äh, nein. Nicht, okay. So, bin ausgestiegen. Wie steig ich aus? Steuerung, ne? Aber es geht bei mir nicht. Nee, hier ist nicht Steuerung. Das ist noch alte Version. Rechte Maustaste, genau. Na, schwimm doch. So, hab dein Boot mitgenommen. Nee, es ist untergegangen. Warum hast du nicht einfach da gelassen? Weil das wegschwimmt. Deins, was du unter der Insel gepackt hast, ist ja auch nicht weggeschwommen. Ach, stimmt auch wieder. Naja, jetzt ist es weg. Wir haben ja noch welche. Oh nein, die Spinne hat mir mein Schwert geklaut. Ah, das hasse ich immer, wenn die das machen. So, sehr schön. Ich hab ja immer noch dieses tolle Schwert mit dem Feuer. Eine Sense. Der Helm. Ah, das ist so ein Kristallitenhelm, ne? Nee, das ist ein Krekoritenhelm. Ja, oder so. So oder so ähnlich. Ich wusste es. Was jetzt passiert, bist du tot? Nein, aber ich wusste es, dass du wieder an mir vorbeirennst und ich dich wieder anzünden. Ja, du musst auch bedenken, dass hier zwei Leute kämpfen wollen. Das heißt, du musst in den Raum reingehen. Nein. Muss ich nicht. Ist ja das hier nur ein Spinnenturm? Naja, sieht bisher so aus, ne? Hm. Ich lieb das ja immer, wenn die dann von oben runterfallen hier. Ender Perls. Ah ja, Enderperlen, ganz, ganz wichtig. Die nehmen wir mit. Mach so lange hier mal die Löcher ein bisschen zu. Oh, oben wird schon ganz schön löchrig. Ich hasse das. Holz mit oder Steine? Ja, ich habe dieses komische Kunstgras mit dieses Fußballgras hier. So. Oh, Live-Essenzen. Und nochmal Enderperlen. Ups, das wollte ich nicht. Bäh! Steht das Boot jetzt da? Das stand da und ich bin da mitten nach unten gefallen. Wieder Spinnen. Na, ist so. Essenzen, sagst du, waren da drin? Ja. Das ist gut. Ihr packt eine Spinnen. Blaze Rods. Nimmst du wieder die besten Sachen raus? Ja, naja, ich nehme das mit, was nicht so unwichtig ist. Ja, ja. Das kennen wir ja bereits. So. Achtung, Skelett von oben. Zack. Ich stopfe wieder die Löcher. Oh, schon leer. Hm. Eigentlich müsste der Turm doch sowieso schon viel höher sein, weil wir, wir sind ja gar nicht ganz unten angefangen. Doch. Ja, nein, da war der im Wasser, oder zählt das, oder wird der an die Oberfläche gesetzt? Ich glaube, der wird an die Oberfläche gesetzt. Jetzt hat mich das Mistvieh hier runtergeschossen. Wahnsinn. Da ist auch wieder nichts Interessantes drin. Warte. Da kann es auch schon höher gehen, aber ich gucke eben den Rucksack. Ja, hier ist... Uh. Die Spinnen manchmal erschrecken hier. Zack. Die Spinnen! Die Spinnen! Nicht die Kiste aufmachen, wenn oben voll ist. Ah, stimmt. Oben ist voll, ja. Das heißt, ich versuche das Vieh mit Knockback runterzuschubsen. Ja, ist unten. Wuhu! Gut, dann machen wir mal das Feuer aus, geht nur eine Tate tief. Du bist runter? Nein, ich bin... Ja, ich bin runtergefallen. Okay. Der hat mich auch weggeschubst. Der macht hier voll Randale hier unten gerade. Ja, ja. Gleich können wir ihn töten. Ja, ich sollte vielleicht von der anderen Seite heranschwimmen. Ich glaube, ich baue mich rein. Also, ich bin jetzt eh schon fertig, ich kann da wieder runterkommen. Okay. Hier sind noch zwei weitere Türme. Bin jetzt unten. Jo. Ah, da bist du. Wo? Wo? Ah, er hat mich gesehen. Willst du ihn besiegen? Im Wasser? Ja. Naja, das sollte ja möglich sein, ne? Oh ja, gut. Da geht relativ easy. Wuhu! Das ging leicht. Haben wir einen Loot davon bekommen? Ne, ich glaube, er selber droppt ja nix. Ne, ich glaube, er selber droppt ja nix. Ach, stimmt ja. Schade eigentlich. Du hast die Boote alle so mit, also du hast die nie hier schwimmen lassen, ne? Ja, aber ich, ich, ich hab ein Problem. Was? Ich schwimme nicht. Äh, drück mal zweimal Escape. Schreib's gerade in den Chat. Kann sein, dass du in den Chat... Ja. Ich hab den Game Mode kurz geändert. Nein. Ne, hast du bei mir nicht. Hast keinen Slash gemacht. Mach noch nicht. Du musst einen Slash machen. Oh. Ich komm hier nicht weg. Jetzt sind er. Ich bin nicht nach oben geschwommen. Im Video konnte man's sehen. Ich bin definitiv nicht nach oben geschwommen. Und ich wollte jetzt nicht deswegen sterben, weil das Spiel bugt. Also, ich hoffe, das war legitim, dass ich das gemacht habe. Ah, jetzt sind wir aber anders geworden hier, ey. Ja, wo... So, dann lass mal eine Insel suchen. Hier in die Richtung. Ähm, hast du einen Timer gerade parat? Ja, zehn Minuten haben wir jetzt. Okay. Boah, was war denn das jetzt? Ich bin definitiv nicht geschwommen. Ich konnte die Leertaste hämmern, soviel ich wollte. Ich denke, du hast in den Chat geschrieben. Meinst du? Ja, bestimmt. Nee. Schönen Sie mir hinterher? Nee, stand nix drin. Wenn du die Leertaste drückst, steht ja auch nix drin. Ja, doch, ein Leerzeichen. Oder kann ich Leerzeichen? Ja, ich... Nee, Leerzeichen postet man nicht. Na, das könnte sein. Oh, ey, sowas Mistiges. Cheater! Was denn bist du... Was ist denn los? Weil ich gecheatet habe. In Inseln sehe ich keine Gebäude. Ja, ist ziemlich ruhig hier. Ja, aber die guten Sachen, die brauchen halt einfach ein Weilchen. Hallo, Creeper! Da wünsche ich uns nicht... Ja, sonst steht doch immer irgendwo ne Burg oder sowas drauf. Hm. Da vorne kommt ein kleines Piratenschiff, aber es war's dann auch schon. Hm. Da ist was Größeres. Ja? Was ist passiert? Oh nein, der Zombie hat mein Boot geklaut. Lässt er es dann unter Wasser fallen oder wo fällt das hin? Ja. Oder gar nicht? Wenn du Glück hast, droppt das so, dass du es auffallst? Äh, ne, er hat es zu einem Holzblock gemacht. Hm. Dann ist es kaputt gegangen beim Aufprall. Naja, hier unten ist es nochmal, glaube ich. Bist du unter Wasser? Ah ja. Ja. Ich hab's. Oder ist dein Zweck? Ne, meins ist mehr oder minder weg, könnte man so sagen. Ich hab ja im Game-Mode das Boot gesetzt. Oh, da knallt einer runter. Ist das ein Meteorit? Ja, der ist ins Wasser gelandet, ja. Ach, nur so ein kleines Schale. Hier da, ich wollte dahin, wo dieses Weiße da kommt. Ich seh noch nichts Weißes. Das ist so ein Kasten hier, so ein Haus oder so. Ach so, das Boot. Ach, das ist ein Boot von hinten? Ah, okay. Das sieht nur noch. Und im Wasser weiter drüben ist wieder ein großes Piratenschiff. Dann schwimmen wir doch mal rüber zu dem Großen. Okay. Das ist wirklich groß diesmal. Ja, so eins hatten wir ja eh schon mal. Fangen wir wieder von hinten an, oder? Das ist der einzige Eingang, glaube ich. Ja, sollte ich vielleicht vorher noch was futtern, bevor ich da reingehe. Oh, da ist sogar noch ein zweites. Das sind zwei so riesengroße Boote. Äh, Piratenschiffe. Das ist cool. Überraschung. Du bist schon drin? Nee, ich stand am Anfang. Der saß halt da und saß ich halt so oben. Ich hasse das. Was denn? Wie drehe ich mich auf einem Schiff um? Es fährt immer nur nach vorne. Ich kann drehen wie ich will. Geht's? Das schaffst du schon. Okay. Oh, ich hasse das. Die machen ja wieder so dunkel einen, ne? Oh, wird die grad voll auf mich hier abgehen. Ähm, ich steh hier im Eck. Ich bin da. Okay. Ja, ja. Ah, gut. Schon vorbei. War ein bisschen viel kurzzeitig auf einmal. So. Aber dann ging's eigentlich recht flott. Gut, dass ich die ja alle verbrennen kann. Der Creeper backt sich hier durch. Ich lass den mal explodieren. Ah, ne. In der untersten Etage vielleicht nicht die beste Idee. Warum? Hier ist ja kein Dynamit. Ja, aber Wasser. Und dann haben wir Löcher und Wasser und... So. Wenn du den von hinten angreifst mit dem Schild, geht's ziemlich schnell. Ja, ja. Weil er dann kein Schild hat. Ja, das find ich super. Aber dass er dann so schnell geht. Das Wasser ist ganz gut. Da kann ich den Müll reinschmeißen. Oh, das ist eine schöne Idee. Aber keine Essenzen. Ich warn dich. Alle Essenzen rein. Ja, ja, ja. Besonders die Hexical, ne? Haben noch gar keine Hexical bekommen. Schade. So. Ich nehm links... Ach so, hier ist ja wieder die... Wollen wir dir das TNT lieber vorsichtshalber wieder wegmachen? Ach, Quatsch. Willst du's dalassen? Ja, ist ja keiner mehr da, der es zündet. Okay, wenn du das sagst... Komm hoch. Lassen wir's an. Wenn's explodiert und wir alle sterben, bist du schuld. Wir werden nicht sterben. Ach, das bist ja du. Ne, das bist nicht du. Mit der Pistole bin ich nicht. So. Das ist ziemlich easy mittlerweile. Leinenlos. Oh, er schreckt mich doch nicht so. Oh, bin ich jetzt erschrocken. Wahnsinn. Uh. So was von erschrocken gerade wegen dir, hey. Warum? Ich hab doch noch nie Kanonen... Weil es auf einmal überall gezischt hat. Ich hab mir gedacht, warum zischt es hier jetzt auf einmal so? Kanonen. Ah. Ah. Stirb. Was, was, was? Ah, ich bin schon wieder besoffen. Ich bin besoffen. Yay. Was? Du Lügner. Oh, das hast du jetzt davon. Das ist doch auch die einzige, die da weggebracht werden musste. Hahaha. Na, warte. Ich bring dich auf der Gamescom so weit, dass man das hinterher von dir behaupten kann. Ich hatte gar nicht so viel Geld dabei, als dass ich mir den Rausch hätte antrinken können. Hm. Aber geschmeckt hat's, das muss ich zugeben. Echt? Ich fand das schrecklich. Naja, so in Gesellschaft trinkt man halt einfach nur. Man denkt nicht darüber nach, ob es schmeckt oder nicht. Ja. So, bevor wir nach draußen gehen, reicht das für den Part? Weil jetzt kommt gerade keiner. Ja, reicht für den Part. Okay, dann musst du beenden. Gut, dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.